Hallo, guten Tag! Wir sind in Mallorca, das ist Calaanguila, das ist so ein kleines Paradies. Das ist so blaues und billes Wasser, ein grau. Ein schöner Paradies da, ein kleiner Pieper, da gibt es auch noch eine kleine Pieper und eine schöne Promenade bis oben. Und das steht, unter 200 Metern steht unser Haus. Wir gehen schon nach oben, zu einem riesigen schönen Weg. Das ist hier unser Eingang, das ist die schöne Terrasse und das ist der Garten daneben. Nun gehen wir rein durch die Tür vom Taschen. Wir sind schon drin. Das ist der Wohnzimmer, Sofa, alle Möbel gefüllt auch dazu. Das ist ein Heizzug mit Holz. Und hat auch Klimaanlage. Das ist das. Wieder mit der Terrasse. Wir haben hier drei Zimmer, große Zimmer. Eins hier, doppel. Das ist ein zweites Zimmer hier, auch doppel. Dann gehen wir weiter zu dieses Badenzimmer. Ein Bader hier auch. Das ist mit der Dusche, dieses Mal. Gehen wir zu der Küche. Die Küche ist alles mobiliert. Kulschkrank. Alles dabei. Fenster auch wieder mit Licht. Das ist hier ein Waschraum. Ach, groß. Nun gehen wir weiter zu einem kleinen und hübschen Haus und einem tollen Pool. Und das ist eine große Tür für das Auto, wenn Sie möchten reinzubringen. Da kann man hier zum Beispiel parken, wenn Sie möchten. Das war früher eine Bereiche. Und jetzt ist auch ein hübsches, kleines Haus. Alles dabei. Bereit für einen Besuch. Das ist der Eingang an dieses kleine Haus. Hübsch. Ein schönes Boden neu. Und das ist unser hübsches Haus. Schöner Ausblick. Kann ich vielleicht das Wasser anfassen. Schöner Platz für die Familie zu genießen. Ich hoffe, hat es Ihnen gut gefallen. Das ist alles von Calamandia. Schöner Platz für die Familie zu genießen. Tschöner Platz für die Familie zu schümmen. Dann solemniert dich die Familie zu dir. Mach es nicht. Schöner Platz für die Familie zu schümmen. Es ist also gut gefallen.